Willkommen zum nächsten Part von Minecraft, wie diesmal mit Badwoss und wir haben ein Gold bekommen, juhu, Gold, wir sind reich, wir haben ein Gold bekommen, wir haben ein Gold bekommen, wir haben ein Gold bekommen, ich baue das hier mal ab, wenn wir das hier abbauen, ne, da können wir zum Biest werden, warte, oder wo war das, ne, hier ein Trang, ja, wenn du das Bett abbaust, become the beast, aber das machen wir nicht, oder wie sollen wir das mal machen, warte, ist das auch bei dir so, dass man halt mit den Villager zu den Hink gehen können, äh, kann, wie meinst du das, ja, so, ist da nicht noch vorher Sonnen, so, das meinst du, ja, hier ist das anscheinend anders, ach so, das hat mich grad irritiert, ich suche eigentlich grad Sekunde, mit Ruhe, hier gibt's Copweb, ne, gar nicht, Leider gibt's hier, aber kein Copweb, warum, warum steht da in der Copweb, also ich hab ne Tron schonmal gemacht, hä, zwei, zwei, der ist so voll unlogisch, Infinity, Infinity, Level 1, Level 1, hä, schon komisch, wir müssen uns direkt rüber bauen, egal was ist, direkt rüber bauen, und die, mit, das mit den Blöcken, die Blöcke hier sind teuer, also gib mir alles Bronze, was du hast, warte, ich will, wollte mir erst erstmal ne Rüstung machen, die ist auch wichtig, sonst sterben wir direkt, trotzdem einfach alles Bronze, was du hast, ich hab 45 Bronze noch übrig, ja, das gibst du mir, okay, schmeiß es mal raus, da liegt es irgendwo, so, wo sind die Blöcke hier, Food, Blocks, okay, wir sollten aber erstmal unseren Blocks zubauen, das sind witzigste Blöcke, ja, das auch, ich hab grad mal drei, aber die werden, bei dieser Map werden die nicht so schnell hier hinkommen, glaub mir, oh, die sind schon da, oh, die haben unser Bettabwärmen verloren, nein, so wird das nicht sein, wirklich, also, ich hab grad drei Gold, noch ein Gold, dann hab ich nen Bogen, wenn dann, oder ist der billiger hier, ich weiß das gar nicht, weiß ich nicht, ich glaub, der hieß ne mal drei, zwei, zwei, ja, das heißt, ich kann mir nen Bogen machen, zwei Gold und nen Bogen, der hat halt nur Unendlichkeit, drauf einmal am Bogen halt, boah, ich brauche Essen, wo gibt's Food, rechts, Gold und Äpfel kosten drei Silber, teuer, was, zwei Steaks, 32 Bronze, krass, ne, dann mach ich lieber Äpfel, würd ich auch, warum ist alles so teuer, weiß ich leider nicht, ich hab noch Gold, ich tu mal das Gold in der Kiste, bestimmt, weil die Map nur für Biest ist, du, wir können gar nicht an uns, warte, die Map bin ich eigentlich entfernt von denen, da baut sie, da baut sie, schau da rüber, gerade, genau gerade, ja, ja, also ich wollte gerade nur, pass auf, und, 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 er fällt, tot, ja, er fällt, wir haben direkt einen Weg rüber, Spitzsacke, alles bauen, machen, los, okay, ich tu gerade noch halt, sie können direkt wieder rüberkommen, wo ist Spitzsacke, wo ist Spitzsacke, wo ist Spitzsacke, wo ist Spitzsacke, und Schwerter ist, pass auf, pass auf, dreh dich um, ja, okay, noch kommt keiner, Schwert ist, gibt's nur für Silber hier, wir haben genug, ich hab 10 Silber mindestens in der Droh getan, ich kann mir auch einen Bogen machen, ah ja, okay, ich nehme jetzt ein Schwert, der nächste ist Tote, die rennen jetzt alle in den Tod, oder was, keine Ahnung, ein Gold noch, da kann ich mir auch einen Bogen machen, oder was soll wir denn sparen, ich würde erst mal sagen, sparen, okay, also die Blöcke brauche ich jetzt erstmal, glaube ich nicht mehr, einnehme ich mit ein Steak, okay, wir haben auch schon einen Bogen, haben die, ja, das ist nicht so gut, aber der Typ ist in der Schwank, äh, Zweckmühle, warum, der kann nicht hoch, wenn er hochkommt, wer schießt sich hinab, ja, das ist natürlich cool, und der andere, der stirbt, die Sorn dauernd, die, der rennt, was, der rennt ganz weit in den Tod, und der eine ist tot mit dem Bogen, sauber, ich glaube, ich will jetzt rüber rennen, okay, ich gebe die Rückendeckung, glaube ich nur, macht das am besten, die haben jetzt gerade gar nichts, oder kaum was, oh, was zu essen, ich habe noch elf Äpfel, machen wir jetzt auch was zu essen, was ist das hier eigentlich, Resistenz, kostet Hunger, streng, auf jeden Fall, läuft es gerade gut für uns, Food, die sparen glaube ich auf den neuen Bogen, weiß ich nicht, deswegen wäre jetzt die Chance, aber ich esse jetzt was, und dann, ich habe einen Plan für dich, was denn, du rennst mit mir dahin, aber, du holst dir für Eisen, diesen Stärketank, kennst du doch, ne, ja, genau, den holst du dir dann, wie teuer ist der denn, und Speed, hole ich mir auch, wie teuer, wie viel Eisen kostet der, ein, was, nur ein, ähm, hast, was ist das für ein, das ist, glaube ich, du kannst, was du schneller alles abbauen kannst, hast, das ist noch der einzigste Trank, Resistence gibt es da noch, hast du, das ist, dass du schneller abbauen kannst, ich trinke alles, okay, da gibt es noch Speed, ich will rüberrennen und trinke alles, okay, okay, haben die noch einen Bogen, geschraubt, nicht, dass ich wüsste, icken идет, trinke jetzt strengt und hast du meine und rin rüber sicher dass da einer von anderen seite kommt sollten eben runterschießen ja ja wir gewinnen sozusagen schon ja der eine ist tot sieg das ist richtig gut die tränke hier ich weiß nicht das war's für den part und ich hoffe ihr schaltet auch bei anderen videos ein ja bis zum nächsten part bei